Servus und grüß euch beim Podcast Hotel Banane. Servus Ingo. Schenk Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern stehen sie vergebens. Keine Sorge, das wird nicht melancholisch oder so, es geht nämlich heute um Rituale. Das hat meine Mama immer gesagt und morgen ist ihr 20. Sterbetag. Jedes Jahr zum Sterbetag meiner Mama, und die ist noch 51 Jahre alt geworden, also so alt wie ich jetzt bin, besteh ich für die Freunde meiner Mama einen ganz schönen Blumenstaus. Und der ist viel schöner als der. Schon mindestens 14 Tage im Voraus freue ich mich über ein Schnitzel, wenn ich in den Blumenloh gehe und den Spraus besteh. Und jedes Jahr kriegen sie auch gleich die Geschichte von meinem persönlichen Ritual mit aufs Aundruck, ob sie wollen oder nicht. Das ist mir egal. Das ist so wichtig für mich, weil das ist mein Ritual. Am Freitag zum Beispiel hat die Frau von der Wäscherei oder besser von der Reinigung gesagt, Mei, jetzt mal wenn ich einen sehe, dann weiß ich, heute ist Freitag. Und das gibt mir schon so ein gutes Gefühl. Weil ich am Freitag immer die Wäsche fürs Hotel Banane abhole. Ja, was hat es jetzt eigentlich auf sich mit den Ritualen? Welche gibt es? Brauchen wir die? Und was ist der Unterschied zwischen einer Gewohnheit und einem Ritual? Ich habe mich einmal angewohnt, eine Toffelschokolade im Kleinbus Hotel Banane zu bunkern. Eigentlich aus dem Grund, weil ich immer ganz schnell den Unterzucker gehe, wenn ihr kennt. Die Schokolade ist doch nicht gut, heute mache ich es mit Nüsse. Aber das ist schon eine Zeit leer. Und ein Service vom Hotel Banane war damals, dass man Kundschaften im Krankenhaus besucht. Und die Besuche im Krankenhaus, die sind nicht immer von Leichtigkeit geprägt. Und irgendwann habe ich mal mehrere schwere Besuche im Krankenhaus an einem Tag gehabt und habe festgestellt, dass ich keine Schokolade im Auto habe. Ich gebe zu, eine schlechte Angewohnheit, die geht ja noch auf die Hüften. Aber da ist mir bewusst geworden, dass die schlechte Angewohnheit längst ein Ritual geworden ist. Der Unterschied ist nämlich der, dass ein Ritual nicht neu hinterfragt wird. Und mit den Ritualen ist es so wie mit der Hausarbeit. Die merkt man erst, wenn es ausbleibt. Wenn die Servicekraft vom Hotel Banane einen Abfalleimer stehen lässt oder das Fenster nach dem Lüften offen bleibt, nach der Unterstützung im Alltag und man glaubt, dass das Servicepersonal nochmal kommt. Oder aber das Küsschen zum Abschied ist auch ein Ritual. Und wenn das ausbleibt, dann fällt es erst einmal aus. Dann ist es für einen selber zum Ritual geworden. Rituale geben uns Sicherheit. Sie haben etwas Verlässliches. Rituale lassen uns eine Abfolge von Handlungsabläufen einfach geschenken. Ohne etwas in Frage zu stellen. Das ist nicht nur für uns und unsere Gesellschaft wichtig, weil es etwas Verbindendes hat, sondern gerade für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Demenz zum Beispiel. Da sind Rituale der einzige und der einzige Halt in der Tagesstruktur, den sie haben. Das können zum Beispiel gemeinsame Mahlzeiten sein. Mein Großvater zum Beispiel hat meine Oma zum Wahnsinn drin, als er Punkt halb drei immer zum Pfeifen angefangen hat. Immer so. Bestimmt hat er Demenz gehabt, was man früher aber noch nicht so gekannt hat. Er hat sich auch nicht mehr unterhalten und er hat in seiner Welt gelebt. Aber anscheinend war er zeitlich sehr gut orientiert und hat die Uhr im Blick gehabt. So dass er meiner Oma mehr oder weniger charmant immer darauf hingewiesen hat, dass er jetzt einen Kaffee macht. Übrigens hat er damit nicht aufgehört, bis er seinen Kaffee gehabt hat. Wir haben es immer lustig gefunden, meine Mama hat eh, weil er sich so durchgesetzt hat. Meine Oma hat das nicht so witzig gefunden. Gerade in einer so schnelllebigen Zeit sind Rituale so eine Art Haltegriffe im Leben, Eckpfeiler. Wenn das tägliche Leben und die eigene Biografie immer wieder über so eine Welle zeitweise untergeht, dann sind Rituale genau diese Haltegriffe, wie für mein Opa mit dem Pfeifen. Das kann aber auch der wöchentliche Besuch von einem Servicepersonal sein, vom Hotel Banane. Der wöchentliche Einkauf oder die wöchentliche Daily Shop. Eine Bewohnerin vom Hotel Banane hat zum Beispiel immer erst zur Gedächtnisrunde kommen können, wenn sie reich und schön angeschaut hat. Und meine Schwester hat mich mal wutentbrannt angerufen und hat gesagt, stell dir vor, ich wollte die Oma besuchen, aber die hat gesagt, jetzt nicht, ich muss erst GZSZ schauen. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Schwester zu der Zeit mehr im Ausland als im Inland war, aber geholfen hat es ja nichts, sie hat warten müssen. Rituale können aber auch geprägt sein von der Biografie oder vom Zeitgeist. Damit meine ich, der vorherrschende Zeitgeist mit den Werte und Normen, die anerzogen worden sind. Zum Beispiel, dass man Sonntags in die Kirche geht, dass man am Monatsende nicht mehr shoppen geht, weil das Geld erst am ersten kommt oder dass es am Freitag eine Milchspeise gibt etc. etc. Solche Rituale lässt man besser so stehen und bringt nichts durcheinander. Eben bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder einer Demenz. Ich habe auch da eine Geschichte dazu. Bei meiner Großmutter ist jeden Mittwoch der Limo und Biermann gekommen. Den kennt ihr ja alle, der bringt übrigens auch Wasser, aber der heißt einfach im Volksmund der Limo und Biermann. Der kommt einmal in der Woche oder alle 14 Tage. Dieser Limo und Biermann war ein fester Bestandteil in der Woche, ein Fixpunkt, der für meine Oma ganz ganz wichtig war. Da ich leider nur an diesem einen Mittwoch Zeit gehabt habe für meine Oma, habe ich es echt bequatscht, dass sie mit mir ausnahmsweise einkaufen geht an dem Tag. Was soll ich sagen, das war eine große Katastrophe. Die Oma hat die ganze Zeit an den Limo und Biermann gedacht und ob er auch alles richtig hinstellt, was er natürlich nicht getan hat. Und gleichzeitig hat Oma die Hälfte vergessen beim Einkaufen. Also, Fehlgeschlagen auf ganzer Linie. Das heißt, es muss feste Bräuche geben. Es gibt jahreszeitliche Rituale, es gibt zeitliche Rituale und es gibt auch Übergangsrituale. Übergangsritual zum Beispiel vom Tag zur Nacht, wenn man sich Zähn botzt. Es kommt man von kleinen Kindern, ein Kuscheltier mit ins Bett muss, was vorgelesen werden muss. Das kann ein Übergangsritual sein. Rituale geben uns Sicherheit und lassen uns für eine kurze Zeit in dem zur Ruhe kommen. Jetzt werden manche sagen, ach geh, das hört sich so strukturiert an, wenig flexibel, ich habe keine Rituale. Dann muss ich euch sagen, das stimmt so nicht. Schaut es einmal genau hin. Was ist denn, was passiert denn, wenn ihr verschlafen habt und ohne Kaffee aus dem Haus geht es? Oder wenn ihr in die Arbeit kommt und der neue Kollege mit deinem Hafer Kaffee da sitzt und raus trinkt, weil der gar nicht weiß, dass das dein Hafer ist. Was ist denn, wenn der Limo und Biermann nicht kommt? Oder wenn die Daily Sub zwecks Katastrophenmeldung ausfällt und die nicht in der Mediathek oder bei Netflix zum Schauen ist? Gerade jetzt, wo seit gut einem Jahr alles Kopf steht, sämtliche Rituale wegfallen. Ich bin angefangen von zwei Mal in der Woche ins Fitness oder wie ich zum Beispiel zwei Mal in der Woche schwimmen gegangen bin, bis hin zu die Gottesdienstbesuche, Familienfeste, religiöse Bräuche, wie Allerheiligen zum Beispiel. Genau dann merkt man, wie wichtig das für jeden Einzelnen für uns ist und welche Herausforderung das bedeutet. Gerade für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie Menschen mit Demenz, Menschen mit Trisomie, Menschen mit Autismus und Menschen mit Depressionen. Was da an Haltegriffe wegfällt für die Leute. Denn Rituale erlauben uns die einfache Abfolge von Handlungen und lassen uns darin zur Ruhe kommen. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich heuer wieder einen Blumenstrauß für Gabriele bestehen habe können und darf er. Und habe ihm meine Geschichte aufs Auge gedruckt und war voller Vorfreude, dass Gabriele mich anruft und sich für den schönen Blumenstrauß bedankt und wir eine Stunde am Telefon miteinander quatschen. Das war einfach nur schön. In dem Sinne, Servus und bis nächsten Donnerstag, denn unser Podcast, wenn uns nichts dazwischen kommt, kommt immer am Donnerstag auf die Nacht. Mädels und Buben, ich wünsche euch Ebs. Servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020